Südamerika hat ein anderes Sprachsystem und denkt deshalb auch anders über die Welt, als ich als Deutscher. Und man kann das jetzt auf zwei Weisen lesen, entweder mit so einer starken erkenntnistheoretischen These, dass man sagt, es ist ihm unmöglich, anders zu denken, mir ist es unmöglich, anders zu denken, als durch Deutsch geprägt, ihm ist es anders zu denken, oder man fasst es als eher alltagspsychologische These auf. Und die erkenntnistheoretische These ist absurd, das kann man auch relativ gut zeigen, also es gibt etwas Universelles, was im Denken und im Sprechen aller Sprachen da ist, also alle Sprachen sind im Prinzip auch ineinander übersetzbar, aber es gibt sehr viele gut untersuchte Alltagsphänomene, zum Beispiel Farbwahrnehmung, wo es einen Einfluss gibt von dem Sprachsystem, in dem man aufgewachsen ist, auf bestimmte Phänomene, und zwar Wahrnehmungs- und Erinnerungsphänomene. Die haben aber oft eher was mit Aufmerksamkeit zu tun, als wirklich mit Erkennen. Gehen wir doch mal dann doch an diesem Punkt ein bisschen weiter. Es gibt Gesellschaften, und ich möchte das ganz gerne doch nochmal beschränken auf die Frage von Zeit, Raum und Materie. Es gibt Gesellschaften, die in ihrer Sprache eine ganz andere Zeitbeziehung entwickeln, und streitig, es ist dunkel, es ist hell, was immer, es ist Tag und Nacht, aber in der Frage von Stunden, von Minuten und von Sekunden, weil die Sprache wiederum deren Kultur und deren Beziehung zur Zeit und Raum repräsentieren. Also es ist eine Independenz zwischen dem, was in der Kultur an Beziehung zur Welt passiert und was sich dann sprachlich übersetzt, das wiederum prägt die Kultur länger. Das ist dann sehr unterscheidbar von beispielsweise unserem Verständnis von Zeit und Raum. Ich will ein ganz banales Beispiel nehmen. Ich war mal in einem Land, sehr weit von Deutschland entfernt, und hörte die Nachrichten. Und die Nachrichten waren in der Zeitangabe, so ich übersetze das mal ins Deutsche, es ist 8 Uhr und ein paar Minuten. Und als ich hörte, dass in einem Radio für die ganze Gesellschaft, die dort lebt, gesagt wurde, es ist 8 Uhr und ein paar Minuten, war mir jedenfalls klar, dass das soziologische, arbeitspsychologische, dass das so viel Konnotation hat. Und in der Sprache drückt sich das mit so einem ganz kleinen Beispiel aus. Es ist vielleicht also doch mehr als nur die Feinunterscheidbarkeit, oder? Glaube ich nicht. Ich glaube, also man kann jetzt zwei Thesen vertreten. Entweder könnte man sagen, alles, was in unserer Kultur eine Rolle spielt, drückt sich auch in der Sprache aus. Also wir sind, das ist auch untersucht worden, Deutschland ist eine eher strenge Kultur. Wir sind sehr akkurat und genau, sagen die Psychologen. Wir sagen, es fängt um 8 Uhr, fangen die Nachrichten an und keine Sekunde vorher und keine Sekunde später. Es gibt die sogenannten lässigen Loose Cultures, wo das alles nicht so ganz wichtig ist. Die haben ein eher entspannteres Verhältnis dazu. Aber das hat gar nicht so viel mit der Einzelsprache zu tun. Und ob die in diesen Loose Cultures jetzt Spanisch sprechen, also sagen wir mal, ein südamerikanisches Land könnte etwas loose, locker sein. Die sagen das so, dann sprechen die Spanisch. Und ob die jetzt Spanisch in Spanien sprechen, das ist nicht das Spanische, was sie so entspannt und, sagen wir mal, lockerer mit Zeitangaben umgehen lässt. Sondern es ist, wie Sie gesagt haben, die kulturelle Prägung. Also ist es, die philosophische Frage wäre ja, gibt es ein Charakteristikum an der Einzelsprache, zum Beispiel, dass die mehr Zeitformen haben, was dazu führt, dass man, wenn man diese Sprache gelernt hat, auch über Zeit anders nachdenkt. Und da ist es halt oft sehr schwer, auch die Kultur wegzurechnen. Aber das gibt es, das gibt es, gerade was sie mit Zeiten angeht. Es gibt ja unterschiedliche grammatische Übersetzungen. Es gibt Sprachen, die kennen beispielsweise nicht die Vergangenheitsform. Das ist, denke ich, schon etwas, was ganz tief in die Denkhaltung geht, wenn man permanent spricht. Und es gibt nicht die Vergangenheitsform. Es gibt ein Beispiel auch, was Sprachen im Politischen machen, nämlich Sprachen ohne Geschlechterformen. Das, finde ich, sind schon Beispiele, wo man sagen muss, die Sprache geht stark ins Politische. Die Sprache geht stark in das Bewusstsein von Menschen. Ich mache mal ein Beispiel zu dem ohne Vergangenheit. Wir können im Deutschen auch ohne Vergangenheit auskommen. Wir haben nämlich das Präsens, das Präsens kann alles. Wir haben das historische Präsens. Ich kann so etwas sagen wie, gestern gehe ich ins Kino und sehe diesen Film. Präsens. Ich kann sagen, jetzt gerade sitze ich hier. Ich kann sagen, morgen gehe ich ins Kino und schaue mir den Film an. Das heißt, man kommt auch mit einer Zeitform aus. Man benutzt dann adverbiale Bestimmungen. Aber da das bei uns nicht der Alltag ist und mein Grammatiklehrer mich doch daran erinnern würde, es gibt auch die Vergangenheit. Genau, aber man ist sehr schnell dabei zu sagen, naja, wir haben unser Sprachsystem. Wir drücken über die Endung der Verben, drücken wir die Vergangenheit und die Zukunft und die Gegenwart aus. Das heißt aber nicht, dass diese Funktion in jeder Sprache so realisiert sein muss. Aber wenn wir gerade über die Geschlechterdiskussion der Sprache reden. Es gibt Sprachen, die eben keine Geschlechterbeziehung haben. Und wir erleben gerade auch in Deutschland die schwere, auch sprachliche Auseinandersetzung in der Genderfrage, was sagt Sprache, wo diskriminiert Sprache. Ist Sprache nicht a priori in vielen Bereichen auch äußerst politisch und ist Sprache das Ergebnis des Politischen? Klar, so allgemein von mir kann man das sagen. Natürlich, wenn ich über politische oder moralische, gesellschaftliche Phänomene rede, muss ich Sprache verwenden. Und das Sprachsystem ist mir vorgegeben. Das heißt, wenn ich jetzt eine generische Aussage machen will über Studenten, bin ich es gewohnt, Student zu sagen. Das ist die maskuline Nennform. Das generische, also allgemeine, ist die maskuline Form. Jetzt können wir darüber diskutieren, werden dadurch nicht die Studentinnen diskriminiert, weil ich sie nicht mitnenne. Und jetzt gibt es diesen Diskurs. Die einen sagen, in der Sprache zeigt sich eine Art Patriarchat, dass die Männer sozusagen die Normalform sind und Frauen eigentlich nicht mitgenannt werden, allenfalls mitgedacht werden. Allerdings ist das auch wieder eine empirische Frage. Liegt das jetzt, diese Benachteiligung der Frauen, manifestiert sich das in der Sprache, das ist die eine These, oder liegt das an bestimmten Rollenvorstellungen, die wir haben? Die sich in der Sprache widerspiegelt. Aber dann spiegelt sich alles in der Sprache wieder. Das wäre doch etwas, worüber wir reden müssen. Denn Sprache ist letztendlich die Übersetzung des Ganzen dessen, was wir sind. Wir versuchen in Sprache Bilder zu zeigen, Erfahrungen zu sammeln, ganz schwierig Gefühle in Sprache zu übersetzen. Und so gesehen glaube ich schon, dass die Übersetzung von politischen, auch Machtrealitäten, sich sprachlich darstellen. Ist das etwas, was jetzt sehr modern ist, oder ist das etwas, wo wir erst sehr früh anfangen, die Interdependenz zwischen Sprache und dem politischen zu spüren? Ich sage noch kurz was dazu, weil dieses Gender-Nennform so ein interessantes Phänomen ist. Wenn man jetzt mal das Deutsche mit dem Englischen, das hat aber direkt was damit zu tun, ich verleiche das Deutsche mit dem Englischen. Im Englischen gibt es keine geschlechterspezifischen, generischen Formen. Ich kann sagen, Clinton ist President, das könnte heißen Hillary Clinton oder es könnte heißen Bill Clinton. Am President kann man nicht erkennen, ist das Mann oder Frau oder Boss. Das kann man nicht erkennen. Jetzt sehen wir aber in solchen Sprachen wie zum Beispiel im Englischen gibt es auch sehr viele Diskriminierungen und Geschlechterunterschiede. Wenn die These stimmt, dass ich durch die grammatische Form des Deutschen, dadurch, dass ich sage, der Direktor, der Arzt, meine Nachbarin ist Arzt, dass ich so etwas sage, wenn sich in diesen Wörtern das manifestieren würde, diese Unterdrückung, müsste es ja eigentlich so sein, dass im Deutschen es stärkere Diskriminierung gibt und im Französischen, weil diese Sprachen einen Sexusunterschied machen, sie machen einen Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Nennform. In anderen Sprachen wie dem Englischen müsste es dann schwächer sein, weil sie sagen Boss und President und machen das nicht. Und das scheint mir nicht der Fall zu sein. Sie haben es gerade selbst erwähnt, weil es andere Diskriminierungsteile im Englischen gibt, wo man in der Sprache Diskriminierungsmodelle spielt. Aber nur dazu, dann würde man aber sagen, aber dann hängt es nicht mehr an der Einzelsprache, also am grammatischen System, sondern dann würde man sagen, es gibt eine allgemeine Form der Diskriminierung. Diskriminierung und die zeigt sich in jeder Sprache, weil sie sich natürlich dann am Ende, und dann ist es eine relativ allgemeine These, weil es muss sich ja alles in der Sprache widerspiegeln, weil sobald ich über etwas nachdenke, diskutiere, mit Leuten interagiere, muss ich Sprache verwenden. Verändert sich Denken, verändert sich Sprache, wäre die These. Aber das führt mich dann doch zur nächsten Frage, weil das ist ganz spannend, worüber wir gerade reden. Ist denn Evolution ohne Sprache möglich? Das verstehe ich nicht. Spiegelt sich Sprache in Evolution wieder? Veränderung des Menschen an sich und die Sprachentwicklung, die das widerspiegelt? Also, ich weiß nicht genau, ob ich die Frage richtig verstehe. Also, die Sprachfähigkeit muss sich in der Evolution ausgebildet haben. Da sind sich die meisten Linguisten eigentlich sicher. Und bleibt das ein dynamischer Prozess? Genau, also, da sich das Genmaterial jetzt so seit 50.000 bis 100.000 Jahren nicht wesentlich verändert hat, kann man ja sagen, wir haben dieselbe Sprachfähigkeit, die unsere Vorfahren in grauen Zeiten hatten. Also, wenn man jetzt einen frühen Homo sapiens in die Gegenwart bringen würde, und der würde jetzt in China aufwachsen, würde Chinesisch sprechen, und wenn er in Deutschland aufwächst, würde er Deutsch sprechen. Also, diese grundsätzliche Fähigkeit, eine Einzelsprache zu lernen, ist gegeben. Aber wenn man jetzt Sprachen als Systeme auffasst, das Deutsche als System, ist die natürlich im Wandel begriffen. Viele Ausdrücke, die wir vor 100 Jahren gebraucht haben, sind heute unüblich geworden, klingen irgendwie altertümlich, bestimmte grammatische Wendungen ändern sich. Insofern gibt es dauerhaft Sprachwandel. Aber die allgemeine Fähigkeit, dieser Sprachwandel würde ich nicht Evolution nennen, weil Evolution ja wirklich auf biologische Arten festgelegt ist. Aber die allgemeine Fähigkeit ist irgendwie, muss da sein. Was auch da sein muss, ist der Umgang mit Sprache. Die Philosophin Hannah Arendt trennt das Sprechen vom Zitat bloßem Gerede. Gerede ist für Arendt nur ein Mittel, unter anderem für die Erreichung des Zweckes. Was wäre dann der Unterschied dazu, zum wirklichen Sprechen? Da müsste ich jetzt Hannah Arendt Experte sein, der ich nicht bin. Aber vermutlich wird da ein Unterschied gemacht zwischen dem nachdenklichen, rationalen Erarbeiten von Gedanken, von Überzeugungen, das Abwägen, das Argumentieren. Das würde man eher in dem rationalen Sprachdiskurs reden. Und Sprache hat natürlich ganz, ganz viele Funktionen. Sie wird eigentlich sehr selten dazu verwendet, gründlich nachzudenken, wissenschaftlich zu arbeiten, zu argumentieren. In sehr vielen Fällen verwenden wir Sprache, um miteinander zu kommunizieren, um uns guten Tag zu wünschen, Höflichkeiten auszutauschen. Und das könnte ich mir gut vorstellen, aber ohne es genau zu wissen, könnte unter Gerede fallen. Aber gehen wir dann vielleicht damit noch ein Stück weiter. Es gibt eine deutliche Bildungsrealität, was Sprache angeht. Es gibt Menschen, die aufgrund eben ihrer Bildungserfahrung mit relativ geringem, kleinen Wortschatz in die Welt gehen, wenn sie erwachsen werden, und andere, die einen sehr hohen Wortschatz haben. Ist es ein wirklich struktureller Nachteil, wenn man aus einer Bildungserfahrung kommt, wo man wortkarg mit wenig Worten in diese Welt geht? Und ist es wirklich ein Vorteil, dass man sehr viele Worte verwenden kann, gelernt hat, welche Worte es gibt? Also jetzt ganz intuitiv geantwortet, ohne da jetzt die genauen Studie dazu kennen, würde ich sagen, man hat zwei Vorteile, wenn man einen größeren Wortschatz hat. Je feiner man die, also ein größerer Wortschatz heißt ja mehr Wörter, heißt dazu die passenden mentalen Kategorien, die Begriffe. Je mehr Begriffe man hat, desto feiner kann man die Welt unterscheiden. Und man kann A persönlich, also es gibt zwei Vorteile, im persönlichen und sozialen. Der persönliche Vorteil ist der, je feiner ich die, je feiner die Kategorien ich bilde, desto besser kann ich Dinge verstehen. Deshalb ist es in der Wissenschaft sehr wichtig, neue Begriffe zu schaffen, neue Unterscheidungen zu machen, die vorher nicht da waren. Das sind alles Pflanzen für den Laien. Und dann fängt der Biologe an und sagt, naja, ich kann die aber klassifizieren, ich kann die unterscheiden, ich kann Merkmale erkennen. Das ist ein Vorteil. Und der zweite Vorteil, das zeigen die Sozio-Linguisten oder die Soziologen-Sprache, ist natürlich auch immer ein Mittel, meinen sozialen Status zu kommunizieren. Und je würde sagen, das ist ein wichtiger Teil des Habitus. Wenn ich ein paar Sätze spreche, zeige ich sofort den Menschen, nicht nur aus welcher Region vielleicht von Deutschland ich stamme, weil ich Hochdeutsch spreche, sondern wie ich mich ausdrücke. Ist das jetzt eher umgangssprachlich? Ist das gewählt? Ist das für die Situation angemessen oder unangemessen? Das heißt, man kommuniziert immer viel. Ein größerer Wortschatz hat eher den Vorteil, dass man kommuniziert, dass man zur vielleicht gebildeten Schicht gehört. Das kann Vor- oder Nachteil sein. Aber das ist sicherlich auch immer ein wichtiger Aspekt, den man nicht vergessen darf in der persönlichen Interaktion. Braucht es, um sich verständlich zu machen, in welchen alltags- wie auch komplexen Situationen mehr Worte als weniger? Ich würde sagen, die Default-Antwort ist, mehr Worte ist eigentlich besser als weniger, weil mehr Worte, also mehr verschiedene Worte, meistens heißt mehr Unterscheidungsmöglichkeiten. Das ist eigentlich meistens ein Vorteil. Sie sagen, Zitat, die Sprachfähigkeit, diese fantastische Gabe macht unser Leben erst so abwechslungsreich. Damit stehen wir im Tierreich alleine da. Einige Tiere können zwar kommunizieren, aber sie formulieren keine Sätze. Was meinen Sie damit? Das ist eigentlich eine relativ weit geteilte Meinung, dass, wenn man sagt, wenn man sich jetzt fragt, können Tiere sprechen, kann man Sprache weit fassen und sagen, ja, die können ja kommunizieren, Sprache als Kommunikation. Der Hund deutet mir an, dass er jetzt rausgassi gehen will oder dass er was essen will und Tiere kommunizieren auch untereinander. Wenn man Sprache ein bisschen enger fasst, wie das vielleicht Linguisten und Philosophen machen, würde man sagen, Sprache heißt, Sätze zu formulieren. Und Sätze formulieren müssen wir, um Aussagen zu treffen, aber auch um Fragen zu stellen oder um Aufforderungen auszusprechen. Und Sätze haben immer eine bestimmte Struktur. Die müssen mindestens ein Verb und ein Subjekt haben. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, über die man dann streiten kann. Und diese Struktur, die sie haben, diese Sprachstruktur, die Sätze haben, das ist eine besondere Fähigkeit, die Tiere bisher, zumindest nach den Forschungsergebnissen, nicht haben. Also Affen können sehr, sehr viel Zeichen lernen, Hunde mittlerweile auch, Border Collies, Dolphine können sich sogar Namen merken. Genau, die können sich sehr, sehr viel merken. Die können 300, 400 Zeichen teilweise lernen, können die richtig zuordnen. Das heißt, sie können Kategorien bilden, sie können Futter von Spiel unterscheiden und so weiter, können auch Personen von anderen unterscheiden. Aber Aussagen zu treffen, heißt, diese Symbole, bei uns sind es Wörter, bei denen sind es Zeichen, in eine richtige Reihenfolge und Struktur zu bringen. Ich beobachte Sie gerade beim Sprechen, mir geht die ganze Zeit jetzt durch den Kopf, ist die Frage, was man spricht, abkoppelbar zu der Frage, wie man spricht. Also ist Sprache ein Gesamtwerk oder ist Sprache ein Werk, das sich aus den Worten zu einer Grammatik entwickelt? Ich würde sagen, Sprache als Kommunikationsmittel ist das Gesamtwerk. Da gibt es sozusagen die Worte, die Grammatik und alles andere, was ich noch so kommuniziere, die Stimmlage, der körperliche Ausdruck und vor allen Dingen auch diese Zuschreibung von Absichten, Wünschen und Überzeugungen. Wenn ich nicht annehme, dass mein Gegenüber mit mir überhaupt reden will, dass er die Absicht hat, mir etwas mitzuteilen, würde ich sein Gebaren vielleicht gar nicht als Sprache deuten. Vielleicht übt er jetzt da gerade einen Text für sich. Das heißt, das wird alles mitgetragen. Was die Sprachwissenschaft interessiert, im engeren Sinne Sprache, ist natürlich genau das, Wörter und Grammatik. Und wir als Laien, wenn wir über Sprache nachdenken, denken wir sofort an Wörter. Wir denken, oh, die Wörter früher, da hatten die Leute mehr Wörter und die Sprache verfällt. Und jetzt gibt es so viel Anglizismen. Also die Leute denken immer an Wörter, weil das ist, was ihnen nahe ist, wenn sie an Sprache denken. Und trotzdem, sie kommunizieren nicht nur mit Sprache, Grammatik und Wort. Genau, Kommunikation ist ganz weit gefasst. Da braucht man gar keine Sprache dazu. Also Tiere kommunizieren auch. Aber ich wollte nur sagen, und das Grammatische, also die Strukturen, was Sie auch gesagt haben mit dem Satz, dass Sätze eine bestimmte Struktur haben, eine grammatische Struktur, dass ich bestimmte Sachen nicht ausdrücken kann. Also sagen wir, kein erschlägt Abel. Es ist wichtig, wo kein steht und wo Abel steht in dem Satz, damit ich weiß, wer war der Täter und wer war das Opfer. Und diese Strukturen brauche ich, um bestimmte komplexe Sachverhalte mitzuteilen. Es geht nicht, dass ich einfach nur die Wörter nacheinander sage, weil dann unklar ist, wer ist aktiv, wer ist passiv, welche Relation wird durch das Verb hergestellt. Und dafür brauchen wir diese Sprachstruktur. Ich will trotzdem nochmal über Sprache, Kommunikation und Missverständnisse sprechen. Vieles, was im Zwischenmenschlichen passiert, sowohl individuell wie kollektiv, als auch auf Staatenebene, hat damit zu tun, dass eben Kommunikation unterschiedlich ankommt. Und Antoine de Saint-Exupéry hat in dem kleinen Prinzen schon geschrieben, die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse. Würden Sie das teilen, dass Kommunikation a priori ein Wagnis ist? Ist immer ein Wagnis. Uns fallen allerdings die Missverständnisse und Irrtümer auch deshalb auf, weil sie relativ selten sind. Also nur weil Kommunikation in sehr vielen Fällen ganz gut funktioniert, fällt es uns auf, an den Stellen, manchmal auch nicht, aber an den Stellen, wo es gerade mal nicht funktioniert. Also um einfach ein Beispiel zu geben, um ein Haus zu bauen, ein großes Haus, von dem Entwurf des Architekten und Baustatikers bis hin zu dem Bauleiter und den Bauarbeitern und so weiter, bis das am Ende steht, muss unglaublich viel Kommunikation stattgefunden haben. Da gibt es auch manchmal Irrtümer und Fehler, aber es muss relativ viel funktionierende Kommunikation stattgefunden haben, sonst steht da am Ende das Haus nicht und hält. Also wenn irgendetwas groß, eine kooperative Tätigkeit, die Menschen ausüben, das kann auch Politik sein, Weltpolitik, das in einem Unternehmen und so weiter. In ganz vielen Fällen muss diese Kommunikation funktioniert haben. Und in den Fällen, wo es nicht funktioniert hat, sondern plötzlich ist das Fenster schief eingebaut, da fällt es uns auf, da hat irgendjemand was falsch verstanden, das sticht heraus, aber es kann nicht der Normalfall sein. Aber natürlich, jedes menschliche Handeln kann immer scheitern und auch die sprachliche Kommunikation als Handeln scheitert auch oft. Gehört denn zu dem, was Sie gerade beschreiben, zur Sprache, die Fähigkeit der Empathie? Sie haben gesagt, wir müssen andere ständig als fremde Sprecher ansehen und deswegen radikal interpretieren. Also ist Sprache immer auch die Fähigkeit, in den anderen auch emotional Spuren zu suchen? Ja, genau. Also ohne eine basale Fähigkeit der sozialen Intelligenz kann ich den anderen gar nicht verstehen. Wenn jemand anderes etwas sagt, reicht es nicht, dass ich die Worte höre, sondern ich muss mir ein Bild davon machen, wie er die Welt sieht, wo er gerade hinschaut, welche Überzeugungen er über die Welt hat, welche Absichten er hat. Und das ist schwierig, das ist eine erstmal besondere Fähigkeit, die ist uns allen gegeben. Sie läuft mühelos ab, deshalb fällt uns das nicht auf. Aber wenn man sich überlegt, was das eigentlich bedeutet, einen anderen Menschen zu verstehen, merkt man sofort, dass das deshalb schwierig ist, weil wir die Absichten und Wünsche und Überzeugungen der anderen eigentlich denen nicht direkt ablesen können. Ich sehe jetzt, Sie gucken in meine Richtung, aber ich muss mir erstmal ein Bild machen, wie sehen Sie mich denn jetzt überhaupt? Und wenn wir, wir reden jetzt beide vielleicht über die Katze, die da hinten langläuft, dann muss mir klar sein, wenn Sie da hinschauen, haben Sie ungefähr das selbe.